Eine neue Wannausstellung soll gewaltbetroffene Frauen bestärken, den mutigen Schritt in ein selbstbestimmtes Leben zu gehen. Staatssekretärin Susi Möbeck stellte die Ausstellung des Gleichstellungsministeriums anlässliches One Billion Rising Day in Magdeburg vor. Zu sehen sind acht Sachsen-Anhalterinnen, die den Weg aus der Gewalt geschafft haben. Seit dem 15. Februar 2024 macht die Ausstellung für einen Monat im Bördepark Magdeburg Station. Anschließend sind die Schautafeln an weiteren Orten in Sachsen-Anhalt zu sehen. Staatssekretärin Susi Möbeck erinnerte, dass alle vier Minuten eine Frau Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner erfährt. Jede Frau, die Hilfe benötigt, soll diese auch erhalten. In Sachsen-Anhalt gäbe es kompetente Beratungsangebote. Der Schritt, diese Hilfsangebote zu nutzen, erfordere großen Mut, so Möbeck. Die Geschichten der acht Frauen in der Ausstellung sollen motivieren, sich kompetente Hilfe zu holen. Sachsen-Anhalt verfügt über ein flächendeckendes Netz an Frauenhäusern und Beratungsstellen. 19 Frauenhäuser mit derzeit 117 Plätzen für Frauen und 142 Plätzen für ihre Kinder bieten Schutz. Seit 2023 gibt es zehn ambulante Beratungsstellen. Vier Fachberatungsstellen für Betroffene sexualisierter Gewalt, vier Interventionsstellen und die Fachstelle WERA sowie die Täterberatung durch Pro Mann kompletieren das Beratungsangebot. Die acht Geschichten der in der Ausstellung vorgestellten Frauen sind auch online einsehenbar unter der eingeblendeten Adresse.